Da sind wir wieder zu Resident Evil 6, hallo. Was war das? Ich musste schon zwei Stück töten. Ich habe gerade erst gestartet. Ich lad mal eben die Waffen nach. Habe ich Shotgun? Ich habe wieder Shotgun, Muni. Da kommt einer. Wie landet man nochmal nach? Aua, ich war noch nicht mehr bereit hier. Der kommt hier und macht mich hier an, ey. Ist er tot? Ja. Mit R. Mit R kannst du nachladen, Schatz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu der Zombie-Apokalypse. Hier sind wir wieder. Wir sind auf dem Flehthof und es ist dunkel und du lebst vor mir. Ich habe Angst. Dein Manier. Ich fürchte mich. Ich führe Zombies. Zombies, nein. Nein, das ist gar nicht da. Lug noch. Ich höre sie nur. Aber von wo die angelaufen kommen werden, das weiß ich. Ne, bestimmt irgendwo. Was ist meine Shotgun? Ich habe meine Shotgun. Ich habe meine Shotgun, mir geht es gut. Gott sei Dank, mein Mann, habe ich die Pumpgun. Gehen über den Friedhof, über den Friedhof, das mag ich doch so gern. Friedhöfe sind toll. Hallo, mein süß. Ich habe daneben geschossen. Ich habe meine Shotgun. Sorry. Okay. Hallöle. Hallöle. Du gehst nur rein. Sehr gut. es gibt nur eine granate so gehe ich mal weiter hinauf ich nenne granate brandgranate bob ja aber bisher ist ja nichts tolles verschlossen auch verschlossen na gut dann gehen wir wieder nach hause da kommt ein schluss ich weiß nicht wo du bist ich bin hier noch am zombies klopfen ich bin hinter dir jetzt haben wir hier rein hier geht es durch ja das muss einem auch gesagt werden ready steady und mach du mal ruhig auf ein hund und die ist weggegangen ich glaube der mag mich nicht ich glaube die ist tot ob der hund war auch tot ich darf nicht so lange gar nichts spielen also gar nichts von 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 solchen sachen das ist hier weg so dass der hund wir sind lebendig aber dass ich jetzt hatte schlüsse dadurch dass es gibt wohl schlimmeres als einen hund über den friedhof zu jagen los los zombie hund ich kriege durch holen die da ist da hinten wo aus der bahn zombie lass mich in ruhe ich muss zu hundi und die tote will ich war ein friedhof laufen nicht so aber noch einer auch den habe ich so da ist der schlüssel der müsste zu liegen da ich habe ich habe mich auch eingefallen aber ich mag das hier unten das ist so schön tot feucht und nass und vor allem feucht nö der zombie verfolgt er mich hier so ein paar versen liegen ich muss mich hier wirklich nochmal an das flair gewöhnen sorry es ist aus der bahn ich könnte gerade wieder nur rumschreien was man auch nicht hört schlüssel öffne dich wir haben das erste mal übrigens die tür gemeinsam an ich bin irgendwie weg geflogen zumindest nichts gebrochen ach der lebt noch kaum dass sie wegen mir umkehren würden also bei mir sind ziemlich viele zombies wollte ich mal so erwähnt haben ich werde hier angeknabbert ja ich weiß dass du stetig soll dich finden aber was hast du denn wir sind auch zombies und ich bin alleine na ich bin auch alleine aber wir sind auch zombies ja du bist du auch mal an ich bin ein mädchen na ich hab mein spaß hier das freut mich da sind ja noch welche das wieder so ein ekliger dully schrei nicht so fresse es sind auch ganz viele zombies mit langkicken das und so das kann man so schreien oh Gott oh Gott weißt du man sieht gar nicht abkann zombies die hier so schreien müssen ne das geht mir gar nicht das geht ja mir voll gegen strich hier ja das ist meiner ja ich hätte auch gerade so einen oh mein Gott und der hier ist hässlich dann musst du das was tun die wir hier an ohne was ich würde es machen cool ich habe einen herzenfakt da war noch so ein mother fucker du obdachloser penner ich hab dich gefallen hat das stellen äh ja du mal in ruhe nach ich hab dich aber wieder gefunden hallo ich hab dich gefunden oh du hast den anderen wir müssen dann hier runter und dann müssen wir da hinten zur Tür irgendwo wo Ella Ella äh was machst du denn geht da hoch da müssen wir hin ach da hinten irgendwo ich bin hier ja voll falsch dann wo bist du ja irgendwo anders ich bin da ich frage mich ja wo bist du hey man ist es schön sie wieder zu sehen weiß ich warte jetzt endlich zur kathedrale oder nicht aber ich bin verfolgt aber ich bin verfolgt du mal zum ey so öffne die door wir wissen was du zu verheimlichen hast japs ich hab ne kiste zerstört ich bin evil du bist so böse ich weiß oh gut gehen wir mal in die große gruselige villa gehen wir mal in die große gruselige villa ich wechsle mal zu pistolen Aua aaa es wird hier erstmal hier zum ist gemetzelt und so bist du tot weil ich gar kein leben mehr hatte und keine Medizin schon wieder vergessen habt wie ich mich halt du musst doch einfach nur schreien dass zu hilfe geholfen doch muss ich sagen hilfe hallo ich weiß dass jemand sagt vor der tür auf dem zombie aufwählen ich bin davon ausgeübt dass sie es doch nur ich habe auch kaum munition von kornato achtung hier kann ich noch mal die waffe ich habe das vergessen ich habe vergessen wie zu zwei pistolen wechseln habe ich wirklich war noch die piste aufmachen weg mit euch hier bösen zombies das wird so was war das egal